So, da sind wir wieder zurück. Wir sind jetzt noch nicht ganz beim Händler. Da oben ist noch ein Riesen-Base. Keine Ahnung von wem die ist. Kann mal kurz gucken. Bin neugierig. Gerade war auch schon eine auf dem Weg hier hin. Oh, wow. Boah, das ist aber ein Prachthäuschen hier. Ist ja der Hammer. Hm, wie das wohl ist. Aber wir haben keine Zeit. Müssen das Geld abholen. Ja, Kraftstoff ist auf jeden Fall schon mal ein Viertel weg. Dicke. Wenn nicht sogar ein Drittel. Ja, wenn wir da sind, ist ein Drittel weg, denke ich mal. Ja, locker. Ist auch noch ein Fahrzeug. So, da sind wir schon mal im, äh, B4 Händler zu, ne? Outpost. Oh, bisschen vorsichtiger hier fahren. Wir haben gerade schon mal einen kleinen Crash gehabt. Deswegen ist die Gesundheit auch nicht mehr ganz auf 100. Müssen wir vorsichtiger sein. Und da ist auch schon die Bank. Perfekt. Huh. Gehen wir schon mal direkt rein. Welcome. Servus. So. Wir möchten einmal abheben. Wir möchten gerne 15.000. Oder wollen wir ein bisschen mehr mitnehmen? Ja, machen wir mal 15.000. So. Sinn. Ja. Nein. So. Wo sind die 15.000 jetzt hier? In dem vollen Sammelsorium. Äh, da. Ne, das sind 5.000. Da müsste noch woanders noch irgendwas sein. Hier sind 10 ab. Okay, das sind ja 15. Ja gut, alles klar. Pleasure is always. Ja, genau. War mir auch eine Freude. So. Wir steigen auf. Bum, bumm. Gehen wir mal zum Armory. Ein paar kleine Sachen zu Geld machen. Hier ist ein schöner Parkplatz. Schauen wir mal, schauen wir mal, was er hier so gibt. Was wir überhaupt abgeben könnten. Verkaufen. So. Wir möchten einmal die Gasmaske verkaufen. Das Ding wollen wir verkaufen. Gibt es auch 19 Dollar für. Perfekt. Äh, Helm. Wollen wir den auch verkaufen? Ja, den wollen wir auch verkaufen. Erstmal. Oh, der gibt auch gut Geld. Wollen wir das als Bargeld? Nö, wir wollen jetzt auf die Bank. So. Dann möchten wir verkaufen. Shotgun ist eigentlich auch geil, ne? Nicht so schlecht. Habe ich denn? Acht Schrotmunition. Oh, hier habe ich auch nochmal. Also ich habe 15 Schrotkugeln. Aber ich will eher auf die MP5 gehen. Da habe ich mehr Bock drauf. Deswegen verkaufe ich das mal. Ja, und dann die Pubgun. So. Wollen wir da ein bisschen Geld gekriegt? Äh, ja. Aktivkurs können wir denn noch hier entbehren. Ach, hier Bushman können wir entbehren. Da gibt es auch mal 500. Und hier. AK-74U Magazin können wir auch verkaufen. So. 44er Leuchtspur-Munition. Ach, das verkaufen wir auch. Ob ich denn eigentlich die anderen Geschichten hingemacht? Ne, ich habe ja keine Kiste gebaut. Nö, dann habe ich die Sachen nicht mitgenommen. Das ist tatsächlich alles das, was ich mitgenommen habe. So. Nö, den Rest brauche ich erstmal hier. Dann gehen wir mal noch eben zum, ähm, Apotheker-Typen. Wo ist der? Äh, Hospital. Ach, hier. Okay. Oh, der hat schon wieder irgendwas. Stoffwechsel. Gesundheit. Schöpfung, leerer Magen. Leerer Magen. Ja, da müsste man mal was essen. Einmal davon. Und was haben wir noch? Jetzt essen wir den Käse haben wir noch. Oh, wir haben sogar zweimal Käse. Machen wir uns den mal rein. Essen. Bei denen da hinten gibt es ja Grillwürstchen. Können wir da auch noch mal essen? Einfach mal sparsam. Servus. So. Was können wir denn hier veräußern? Aktivkohle. Antibiotika brauchen wir auf jeden Fall. Schmerztabletten. Wir auch gerne mithalten. Jetzt nochmal Antibiotika. Vier Tabletten Antibiotika. Was haben wir hier? Acht Stück. 88 Prozent. Na, verkaufe ich erst mal die. Schmerztabletten. Ja, das verkaufe ich erst mal. Tja. Dann haben wir hier nochmal Antibiotika. Ausreichend acht Stück. Schmerztabletten. Das ist immer schwierig, ne? Wenn man dann hinter welche braucht, hat man keine. Bisschen risky, ne? Wenn ich die jetzt abgebe. Ach komm, ich verkaufe die jetzt. Ist egal. Ich finde bestimmt nochmal irgendwann welche. Ja, das sollte es erst mal gewesen sein. Hier haben wir unser Geld. Und wir haben wieder 31.000 ungefähr auf dem Konto. Das sieht nicht so schlecht aus. So, dann. Aber wartet mal. Das ist ja der Kodiak 60 Pfund Bogen. Den könnte ich ja auch verkaufen. Dann könnte ich einfach ein Impro machen. Impro Bogen. Wie viel gibt es denn für den Kodiak? Kodiak. Gibt es aber nicht so viel, ne? Verkaufen. Kodiak 364. Och, keine Ahnung. Ach komm, ich verkaufe den. So, dann ist der auch weg. Und dann mache ich mir gleich einen Impro Bogen. Das Tang Dao kann wir da hier auch. Die komische Gewürzmischung, ich glaube, die verkaufe ich mal. Keine Ahnung, wo ich damit soll. War für bestimmte Vitamine gut, aber... Ich verkaufe sie mal. Ach, da gibt es ja nur 22 Dollar für. Batterie 14. Ja, komm. Dann nimmst du Gierschlund. Geizkragen. Schachtelnägel. Ja, is wie des. Komm, Gierschl, ich noch zwei. Alles essen. Dann nehme ich mir vielleicht ein Würstchen mit. Von der Party, da. Gut, ich habe ja eine Fernkampfwaffe, die Pistole und Nahkampf-Katana. So, das... Das passt hier ungefähr. Warte mal, das könnte ich... Warte mal. Mal absteigen. Kann ich die Tasche nicht auch reparieren mit dem Nähzeug? Äh... Mit Sicherheit. Warte mal. Warte mal. Ich kriege den DIN ab. Warte mal. Farbe entschönen. Schlüssel entfernen. Schlüssel entfernen. So, äh... 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 Hyper. Ah. Ach, konnte ich auch so machen. Okay. Schloss drauf. Und fertig. Magazin habe ich immer noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei... Ja. Drei. Und sogar vier, weil ich ja eins im... In der Waffe habe. So, dann hauen wir erstmal wieder ab hier. Achso, trinken muss er auch noch. Trinken. Da haben wir oben Wasser. Was haben wir hier unten? Trinken wir hier von. Alles trinken. Ja, mit so kleinen Special Events, die Spieler machen, kann man sich hier noch über Wasser halten. Wenn man noch so im Survival-Bodus ist. So, das sollte reichen. Also, heute bisschen Glück. Normalerweise muss man sich natürlich selber um dich kümmern hier. So, dann geht's. Äh... Uh. Da komm ich drüber. Ich gehe erstmal zurück zum Autohändler. Und vielleicht, wenn wir noch an der Tanke vorbeikommen, nochmal tanken. Das ist auch eine Riesen-Base. Wahnsinn. Da werde ich jetzt die... Die Straße... Nee, muss da unten. Ich muss so runter. Was ist denn da? Wartet mal. For free. Hier hat auch einer irgendwas gemacht. Warte. Lasst mal schauen, ob wir da was von gebrauchen können. Flasche Alkohol. Dann die Trechohose. Hm. Viel Alkohol drin, ne? Ey, ein Bogen. Ja. Den können wir gebrauchen. Haben wir gerade einen Bogen verkauft. Brauche ich keinen machen. Perfekt. Dankeschön. For free. Öffnen. Na nun, hat das einer verlassen hier. Nix bei ihr. Nobody hier. Okay. Hm. Naja, uns hat es zumindest bezüglich des Bogens, hat sich da schon mal erklärt, geklärt. Ach, du Scheiße. Uiuiui. Haben nichts gemacht. Kurz erschrocken. Da hinten wäre ja auch noch eine Tanke. Gäbe das Sinn, aber da so blöd an der Dingens dran. Wo ist denn noch eine Tanke? Da ist ja hinten bei denen da. Da ist doch auch noch irgendwas gewesen als Tanke, ne? Wo ist das erst da hinten? Äh. Ich meine, irgendwo wäre da auch eine Tankstelle gewesen. Ach, kommt, Leute. Ich fahre erstmal da in die Richtung zum Autohändler, weil da irgendwo war auch noch eine Tankstelle und Base sollte ja eigentlich auch dahin erstmal geflastert werden. Ist das nicht da auch for free? Das gibt's doch nicht. Wie viele teilen denn hier? Da guck ich auch mal direkt. Das ist ja hier Schlaraffenland. Duty free. Was gibt's hier? Oh, ein Block. Nochmal ein Blockmagazin. Oh, und hier nicht mehr ganz so guten Zustand. Was ist das denn? Tabak. Und Cannabis-Knospe. Ach du Schreck. Und nochmal. Oh, ganz viele Blockmagazine. Schlafsack. Kraftschlöckchen ist aber leer. Ja, okay. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Das in die Tasche reinpacken. Hm. Aber wir nehmen uns, glaube ich, mal ein Magazin mit. Und das im besten Zustand mit 71%. Weil wir haben nichts zum Reparieren. Dann packen wir da auch nochmal Munition rein. So, dann haben wir einmal von denen einen Bug. Gut, den hätten wir auch selber machen können. Das war ja jetzt wirklich keine Kunst. Jetzt aber nochmal hier so ein gebrauchtes Magazin. Ist immer besser. Gut ausgerüstet zu sein mit Magazin, finde ich. So. MP5-Magazin. Das wäre jetzt geil gewesen. Aber leider... Da hat leider keiner eins reingestellt. Ah, schaut mal. Hier ist auch wieder was mit... Ah, hier ist auch wieder was mit Besen. Sehr viele Sachen hierüber. Also gut... Gut bebaut, also. Landung in Sektor A4 in vier Minuten. Oh, das ist gar nicht so weit von uns, ne? Sollen wir das mal probieren? Ah, ich hab nicht viel Platz, ne? Komm, Leute. Lasst uns das mal probieren. Ist jetzt schon Bock drauf irgendwie. Dann müssen wir einmal... Nehmen wir die weiße Straße. Oh, ich hab auch nicht mehr so viel Sprit, ne? Könnte ich alles machen. Dann gehen wir mal an den Airdrop. Geil. Moment, wie viele Schrauben drei habe ich noch? Drei. Sechs. Acht. Zehn. Zehn Mal. Ja, das... Das lohnt sich. Da kann man was machen. Hoffentlich müssen wir nicht zurückschieben. Aber da unten war auch irgendwo noch ne Tanke. Im Rückweg. Ja, so ergibt sich spontan mal wieder was Neues. Also. Ich mach dir das mal. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir die Qual der Wahl, welche Richtung wir nehmen Dann nehmen wir die und dann rüber Ja Oh Das war aber auch wieder knapp da mit der Mauer Die kann man richtig, richtig versteckt hier So, jetzt sind wir am richtigen Weg Sind gut in der Zeit Hoffentlich kommt kein anderer dahin Und greift uns doch die Scheiße ab Das wäre nicht so gut Jetzt haben wir Blut geleckt Jetzt geht's hier Jetzt sind wir gierig Jetzt wollen wir hier den Airdrop haben Müssen wir wahrscheinlich erstmal hier 1000 Zombies wegknallen Aber wir haben ja Gott sei Dank eine Schusswaffe Und einige Magazine Das müsste irgendwie hinhauen Schauen wir mal Und danach müssen wir Auf Rückweg tanken Und dann schnell unsere Schulden bezahlen Alle Hände voll zu tun hier Und ihr seid mitten dabei So, Richtung Plato Und dann müssen wir einmal Rechts ab Durch die Stadt durch Hier Hier gehen wir rein Richtung Campo So, jetzt müssen wir nochmal Karte gucken Noch weiter geradeaus Dem Straßenverlauf folgen So, und gleich müsste es irgendwo hier sein Noch ein Stück Noch ein Stück Und dann Hier irgendwo Vielleicht Nee, fahren wir in die andere Richtung Andere Straßenseite Ach, da ist er ja Optimal Oh, ich fahr zu da dran Hilfe So So So, wir schauen wie viel Munition drin ist Und jetzt geht es richtig ab Wir laden noch einmal nach So Und dann schauen wir mal Mit Charlie Undercover hier Oh Gar nicht so leise Mein Name ist Bond Backstallic Bond Boah Hände Not Hände Boah Wo sind wir denn hier? Sparsam schießen Gut, dass der Charlie drauf ist Hat er doch eine Verwendung Normalerweise Wenn die einen hier Auf einen zurennen Ohne Schalldämpfer Dann wäre hier richtig Richtig Bambule Ich verlaufe Google Sechs Okay Da kriegen wir die noch weg So Einmal Zweimal Mein Gott Wie gut bin ich denn beim Ziel? Aber Ist ja der Wahnsinn Bin ich selber überrascht Wo ist denn der letzte hier hin? Hallo Hm Dann richte ich rein Warte ich mal nach So Kein Magazin verloren Nö Na Da hinten war der irgendwo Egal Ach da Ist da einer So Hier noch irgendwas Wo ist denn die Ach der da Da hinten war ja wohl einer Geh mal rein Tür machen wir mal lieber zu So Dann nehmen wir natürlich nicht den Advanced Sondern Warte mal Dann nehmen wir die Ja Klammer rausnehmen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Das Spielchen kennen wir ja schon Wir gehen auf Dietriche Und machen uns hier den Improvisieren Und gehen über die Über das automatische Craften Damit wir nicht immer Sechsmal klicken müssen Und dann So Gott will Und uns holt es Ziehen wir richtig tolle Sachen raus Und wir haben auch genug Zeit Wir haben nämlich Siebzehn Minuten Gar kein Problem Entspannt Schlüsse sind auch nicht so schwer Hier drin Und wir nehmen Ich bin Und wir können